Wenn die BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, eine Warnung herausgibt, deutet dies auf potenzielle Probleme oder Risiken im Zusammenhang mit einem bestimmten Unternehmen, Produkt oder einer Dienstleistung hin. Anleger sollten solche Warnungen ernst nehmen und folgende Schritte in Betracht ziehen. Informieren Sie sich gründlich, lesen Sie die Warnung der BaFin sorgfältig durch und informieren Sie sich über die Gründe für die Warnung. Bewerten Sie Ihr Portfolio, überprüfen Sie, ob und in welchem Umfang Sie in das betroffene Unternehmen oder Produkt investiert haben. Suchen Sie professionellen Rat, konsultieren Sie Ihren Finanzberater oder Planer, um zu besprechen, welche Maßnahmen in Ihrer speziellen Situation am besten sind. Seien Sie vorsichtig bei Neuinvestitionen. Wenn Sie darüber nachdenken, in das betroffene Unternehmen oder Produkt zu investieren, sollten Sie besonders vorsichtig sein und möglicherweise alternative Investitionsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Recherchieren Sie unabhängige Quellen, suchen Sie nach weiteren Informationen von unabhängigen Nachrichtenquellen oder Finanzanalysten, um ein vollständiges Bild der Situation zu erhalten. Bleiben Sie ruhig. Panikverkäufe sind oft kontraproduktiv. Es ist wichtig, eine fundierte Entscheidung auf der Grundlage von Fakten und nicht aus Angst oder Panik herauszutreffen. Dokumentieren Sie alles, halten Sie alle Kommunikationen und Transaktionen in Bezug auf das betroffene Unternehmen oder Produkt fest. Dies kann nützlich sein, falls es zu rechtlichen Schritten oder Ansprüchen kommt. Überwachen Sie die Lage, verfolgen Sie alle weiteren Meldungen oder Updates von der BaFin und anderen relevanten Institutionen. Beachten Sie die Verbraucherrechte, falls Sie das Gefühl haben, dass sie durch das betroffene Unternehmen oder Produkt geschädigt wurden, informieren Sie sich über Ihre Rechte als Verbraucher und mögliche rechtliche Schritte. Bleiben Sie auf dem Laufenden, die BaFin und andere Finanzaufsichtsbehörden veröffentlichen regelmäßig Updates und weitere Informationen. Es ist ratsam, die offiziellen Kanäle im Auge zu behalten und sich regelmäßig zu informieren. Zusammenfassend ist es bei einer Warnung der BaFin immer wichtig, informiert und besonnen zu handeln. Die Entscheidung, wie weiter vorzugehen ist, sollte auf einer gut informierten Grundlage und, wenn möglich, in Absprache mit einem Rechtsanwalt getroffen werden.